Bestway Hydro Force Raft Das Bestway Hydro Force Raft Schlauchboot gibt es in zwei Größen. 155 x 93 und 196 x 114 cm. Es ist ein optimales Boot für kurze Ausflüge auf dem Wasser mit Kind und kann auch als Beiboot verwendet werden. Das Aufblasen erfolgt schnell und aufgrund seiner Bauweise eignet sich das Boot ideal für seichte Gewässer. Die hochwertigen Materialien, aus denen das Schlauchboot hergestellt ist, garantieren eine lange Lebensdauer. Sein Boden ist komplett aufblasbar, was dem Boot zusätzliche Stabilität auf dem Wasser verleiht. Die ineinandergreifenden Schraubventile ermöglichen ein schnelles Aufblasen und Ablassen der Luft. Am Strand angekommen, ist das Boot schnell für die Wasserfahrten fertig. Im Schlauchboot finden ein Erwachsener und ein Kind reichlich viel Platz, wobei das Boot für ein maximales Gesamtgewicht von 120 kg ausgelegt ist.